Hallo, mein Name ist Robert Walter, ich bin 35 Jahre, komme aus Berlin und ich war bei Tatjana Strobl zur Hypnose-Therapie, um halt Sachen wegzubekommen, die mich in meinem Leben gestört haben. Es war innere Unruhe, es war Zähneknirchen in der Nacht, um mich halt sozusagen vom Tag abzureagieren. Ich bin verkrampft aufgewacht, hatte Schulterschmerzen, Kopfschmerzen, konnte unruhig schlafen und hatte es bereits nach zwei Sitzungen komplett wegbekommen. Ich fühle mich jetzt leichter, vergesse weniger, kann strukturierter arbeiten und das hilft mir sehr, sehr viel weiter. Also ich fühle mich jetzt definitiv wohler und ich kann es nur jedem raten, es zu tun, es lohnt sich. Es bringt mehr, als wenn man jetzt eine Woche in die Türkei fliegt, sich dort in die Sonne legt, hat wieder Stress am Flughafen und so weiter, das bringt alles nichts. Also ich sehe es als wahnsinnig tolle Investition, vielleicht auch als Weihnachtsgeschenk, wenn man jemanden hat, Bruder, Schwester, Verwandte, die kleine Sachen haben. Also wie gesagt, ich fand es toll und kann es nur empfehlen. Tschüss! Zvon Kommt P